Ja, das ist unser Strohlager. Ah, sehr schön. Wo ist unser Strohlager? Ja, jetzt haben wir 33.600 Stroh im Lager. Ah, cool. Neben dem roten Süden, da steht noch so ein Räuschen. Das sieht aus, keine Ahnung, wie so eine Schwarzbrennerei. Mit den ganzen Rohren da dran und so. Da ist unser Strohlager. Kannst du das sehen oder schwitzt kurz in den blauen Träger hüpfen? Den blauen Träger? So, es ist direkt hinter dir die Hürde. Wo lebt man denn ab? Einfach daneben oder was? Ja, einfach da. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da gestanden. Und hier kriegen wir halt wieder raus oder was? Auf der anderen Seite. Ja, da vorne, wo der das Rohr ist. Ja. Der erste Anhänger ist voll. Ja. Was ist denn dir los? Ich wollte nur die Frage irgendwie nicht. Das interessiert sich ja sonst keiner, wie es mir geht. Alter, ich gehe wieder arbeiten, ne? Den Urlauber hast du, ne? Gehst du uns tierisch auf den Sack, gell? Wir dachten, das wäre schön, wenn du Urlaub hättest. Aber jetzt? Nie wieder Urlaub. Ich kann auch weglaufen. Ich kann auch erst um 16 Uhr dann kommen. Ja, bis 16 Uhr mache ich dann was anderes und dann tatsächlich... Ja, keine Angst. Ich bleibe heute den ganzen Tag im Planet Coaster drin. Weiß ich. Du bist voll der Suchten. Wer? Nein. Ja, du. Warum? Nein, das muss ich zusehen. Das macht André jetzt nur deswegen, weil er ganz genau weiß, dass dieses Spiel auf meinem Recht nicht läuft. Ja, ich kaufe mir jetzt extra Spiele, damit ich nur die Spiele, wo ich weiß, dass die nicht bei dir laufen. Wofür können wir das gebrauchen? Ich denke mal, das kann Oli am besten erklären. Wofür brauchen wir Stroh, außer dass Davids Kopf damit füllen müssen? In regelmäßigen Abständen. Damit stopfen wir unsere Matratzen und so auf. Ja, jetzt machen wir damit eigentlich. Nein, das ist Stroh, das brauchst du zum Beispiel als Einstreu für die Kühle. Bei den Schweinen weiß ich gerade nicht, kann auch sagen wir nicht. Ja, Tyrannia, aber wir fahren mal bereit ins Wort. Zur Not kann man das aber noch verkaufen, das ist immer ganz gut, das ist ein kleines Extra. Ja, oder für Polofilme. Polofilme. Ja, oder für Polofilme, in denen Stromkästen vorkommen, genau. Ja, und andere Typen und Handwerker mit Ledermasten. Ja, und nicht der ID-Stroh. Warum haben sie eine Ledermast, glaube ich. Ja, also hier ist der Stromgenerator, hier der Stromkasten, oder bis zum Beispiel. Ja, mal gucken, warum hat man sich eine Maske auf? Ja, keine Ahnung, aber warum nicht der die Strom? Das ist der Traum aller Handwerker, ne? Eine Milf, die dir die Tür aufmacht, ne? Also den wichtigsten Satz wiederholt immer keiner. Du wirst lachen, das ist schon des öfters passiert. Gerade als Maler passiert, passiert dir das teilweise sehr. Ah, jetzt bist du aber rum, damit Maler geworden ist. Ne? Wollte ich gerade sagen, ich glaube, ich habe selber jetzt zweimal oder so. Das ist voll sein Wunschtraum, ne? Naja, bis jetzt habe ich zweimal gehabt. Eine davon sah gut aus und eine davon, ja. War verzweifelt. War Oma Gerda mit der dritten Dento-Bühne, ne? Genau, so ungefähr. Oh, oh, ich habe aus Versehen die ganzen Doggy-Bags runtergehauen. Ist das schlimm? Was? Wo ist es eigentlich meine Anhänger? Ich suche nicht gerade. Wie habe ich... Ja, ich stehe jetzt hier und will abladen. Kann ich mein Stroh direkt ins Silo schütten? Äh, mein... Äh, mein... Weizen? Äh, nein. Ich kriege nicht auf, mein Rohr. Warte, ich komme, ich komme. Ist das eigentlich mit dem Strohlager, ne? Dann ist es voll. Wo steht das? Das ist bei 100. Wo steht das? Wo steht das auch da mit der... Dingsübersicht? Oh, Stroh, Stroh. Ja, muss nur nach rechts kommen. Ja, ja, okay. Das Feld passt rein und danach können wir die ganzen Schmodder eigentlich danach verkaufen. Der Stroh kommt noch jede Menge. Wollte ich gerade sagen, also... Und überall Weizen drauf. Wollte ich gerade sagen, also wenn wir da die 100.000 voll machen, dann können wir nachher den Rest voll machen. Das war noch der Rest, den ich noch drin hatte. Jeder Liter zählt und... Soll ich euch wieder vorspulen, ne? Das ist wohl überhaupt. Ne, ne, lass es nochmal mit dem Vorspulen. Ich bin dann noch nicht ganz fertig da. Ey, der Stroh verfolgt doch nicht. Ja, dann sprüft vor. Dann werden wir nicht grubbern, wir sehen. Das wird nicht schlecht. So, was haben wir denn als nächstes jetzt? Ja, Oli muss dann gleich die Felder grubbern. Hier, 25 und da, wo wir jetzt abgeerntet haben. 22 wäre das doch nicht, ne? Oder 22? Die 25, da ist doch Mais drauf. Da ist gar nichts drauf. Das ist doch abgeerntet. Oh, ist abgeerntet. Das wird nicht abgeerntet. Also, die 25 ist leer, die 23 ist leer und die 22 ist leer. Nein, 22 ist krass. 22 ist krass. Wollten wir das nicht auf die 23 machen? Nein. Wir haben jetzt auf die 22. Auf die 23, äh, äh, da wollen wir nachher Gerste rauf machen auf die 23. Auf der 25 können wir ja jetzt Sonnenblume machen. Genau, da wollen wir einfach Sonnenblume rauf machen. Äh, achso, okay. Wir haben uns auch einen Plan gemacht, Oli. Also, wir sind nicht mehr inzwischen so ganz doof in dem Spiel. Nein, wir sind nicht mehr ganz doof, nur extrem doof. Wir wollen... Ich weiß gar nicht mehr, was wir geplant haben. Aber David hat mir letztens gebeichtet, er hat seinen Pinselgröße 0. Ja, ich habe den Pinselgröße 0. Doppel 0. Doppel 0, ja. Es war überall Weizen drauf, bis auf die 25. Ja, da war... Die ganze Zeit, äh, Dings drauf hat, Mais. Und... Ja, genau. Und jetzt wollen wir nachher auch noch Sonnenblume machen. Da sollen jetzt... Da sollen jetzt Amazon Blume. Müssen die 25 noch gegrubbert werden? Ja. Die 25, ja. Die 25 und 23 können gegrubbert werden. Äh, äh... Ne, die Saatmaschine, die nicht grubbert, die macht Sonnenblume, ne? Ja. Ne, genau, die große. Für die anderen, für die Gäste, da kann man ja gleich die Saatmaschine nehmen. Die koppel ich dann gleich an und dann gehe ich da... Da muss ich dich über 23 rüber. Äh, ja. Und da kann einer von... Da kann Olli dann jetzt schon hinterher kommen. Und, äh, Düngermittel bestreuen. Und schon wieder ein Feld fertig. Die 18 muss gedüngt werden. 18 schon fertig. Die 18? Die ist auch mal gedüngt. Ja, aber die ist fertig. Dann haben wir da schon alle Düngstufen durch. Oh, die sind alle drei Felder, ne? Ja, bei mir auch. Dann kann ich mir eine Sähmaschine hüpfen. Ja, dann... Eine Erntemaschine hüpfen. Ich habe den Grubber mit dem grünen Trecker am Feld 25 stehen, wenn ihn einer sucht. Ja. Ja. Ja, lass uns dann... Äh, welches Feld willst du zuerst? Ich stehe jetzt bei der 12. Ja, meine ich die 12 zuerst. Dann stelle ich dir die Anhänger durch. Wäre super, wenn einer noch dünnt. Oder müssen wir nicht dünnen? Äh, ich glaube schon. Warte, dann müssen wir noch dünnen. Nein, ja, ich weiß es jetzt nicht. Warte, ich schaue mal. Also das ist noch... Warte mal, ist das dunkel? Ach, könnte ich noch nicht... Nee, einmal kann man noch. Ich hätte noch von dunkelblau unterscheiden. Wir können nicht unterschiedliche Farben nehmen, ne? Bei mir sieht das dunkel aus, aber das gibt bestimmt noch einmal. Nein, das ist mittelblau. Das ist ja dazwischen sehr dunkelblaue. Ja, ich weiß, jetzt erklärt ihr den Unterschied, warum das mittelblau nicht dunkelblau ist. Auch. Das muss euch jetzt auch noch erklären. Da muss Olli jetzt abkoppeln und dann sie... Sprühe auch. Nein, wir haben noch mal einen grünen Träger, oder? Ja, da ist die Erntemaschine dran. Äh, die Obermaschine dran. Nein, der Blau ist noch frei. Ach, stimmt, der Blau ist noch frei. Der Blau ist noch frei. Warten bis vor mir einer herfährt und seine Pisse verteilt. Ja, dann lass Olli die Pisse verteilen. Wow. So, das spielt SAO, der Hund. Was? Kannst du gar nicht. Kannst du nicht. Ja, ich bin erstmal mit dem Ladewagen hier, aber dann gehe ich auf Feld links hin. Gucke ich den erstmal ab. Ich glaube, das ist aber wirklich zwei Erntemaschinen. Ja, geht schon. Ich mache erstmal, als ich sage, ich mache jetzt erstmal Feld 22 und fertig. Ach, der Olli kommt von der anderen Seite. Ja, warte, geht schon. Wenn du bist, wenn du alleine dein Ding da ausgefahren hast, ne? Bei deinem Alter dauert das ein bisschen. Naja, ich bin nicht langsam, wenn ich mein Ding ausfahren muss, ja? Das ist wie diese Viecher, die hier im Watt rumliegen, ne? Wattwürmer? Die in Rüssel da über einen Meter noch was ausfahren können, ne? Wattwürmer? Nein, Wattwürmer. Du kannst die Maschinen kaufen und mieten. So, was ist denn die erste? Wie denn die erste? Obwohl, meine Maschine hört sich so an, als wenn sie bald schon neu geholt werden muss. Was? Die ist nagelneu, die hat doch bestimmt nur zwei Arbeitsstunden, aber nur. 6. Was? Ja, 6 Arbeitsstunden schon. Scheiße, okay, muss neu. 6, was? Weg, muss neu. Alle zwei Arbeitsstunden neu kaufen. Nach einer Stunde ist es alt. Ihr Server hat hier schon 105 Stunden Betriebszeit. Die Maschinen, die haben wir alle gekauft, die, die ihr jetzt hier seht. Die haben wir alle, das ist alles unser Eigentum. Ups, ups. Ja, das, da wir im Moment nur das haben, was wir auch wirklich ständig benutzen haben, wir uns dazu entschlossen, alles zu kaufen. Wir sparen jetzt auf Holzindustrie. Und zwar auf das ganze Paket. Dann machen wir uns den Fällerbündler oder wenigstens den kleinen zum Bäume abfällen. Oh, ich kann doch nicht ernten. Warum? Was jetzt schon wieder? Ah, ist das doch noch nicht fertig. Na doch, ist fertig. Wir müssen wieder eine Wachstumsstufe mehr abwarten. Lass doch mal eine Stunde warten. Ja, ich lass nochmal eine Stunde. Oh, ich muss das Ding jetzt auffüllen hier. Da warte ich noch mit dem einen Feld sehen. Ja, wir sind ganz solide. Ja, wir machen den Chef mit so viel Kohle. Wir wissen schon gar nicht mehr, wo wir ihn damit umkaufen. Einfach sind nur so irgendwelche Maschinen. Deswegen sieht unser Kontostand auch immer so leer aus. Die wir dann wieder verkaufen, weil wir jetzt doch entschieden haben, eine Maschine zu kaufen, die nicht cool wird. Doch, die Gruppert und sehnt und düngt beides gleichzeitig. Das stimmt, die Gruppert sehnt und düngt gleich. Richtig. Da weißt du, das ist Porno-Gerät. Ja, ich hoffe zumindest, dass die Beschreibung nicht lügt. Ja, das würden wir sehen. So. Wie sieht das eigentlich mit dem Rasen aus? Das ist eigentlich fertig hier. Ich glaube, das sieht fertig aus, ne? Rasen. Weißt du? Ja. Rasen ist erntereif. Erntereif. Rasen, man. Ja, schön, dass alles erntereif ist, aber ich kann es nicht ernten. Jetzt ist es nochmal zwei Stunden. Ist das aber irgendwas gut? Ist das schon eine Stufe weiter jetzt, oder nicht? Jetzt geht's, ja. Dann fange ich jetzt auch an hier. D-D-D-D-D. Ich fahre gerne übers Feld. Du auch? Ja. Wow. Ja, ich habe mich so voll Freude daran gefunden. Nachdem wir uns die letzten Tage wirklich nur immer die Kante gegeben haben und irgendwelche Leute abgeknallt haben. Ich fand das gar nicht so schlecht. Er hat so schlechtes Situationen ja nur Auni, ne? Ich sei nicht, dass schlecht ist, aber man hat jetzt nur rumgeballert in den letzten Tagen. Das stimmt. Ich muss euch da auch was gestehen, ne? Du bist zahlst du schon, ne? Nein, ich habe das Geld ja nun wirklich drei Tage lang durchgehend gesucht. Ja, beteiligt zu sein. Deswegen ist er auch dann erst Kaffee-Karte abgeraucht. Ja, gestern war das... Das war gestern als wir... Nee. Wann haben wir den letzten Fliegen? Gestern. Gestern. Doch, gestern, ne? Ja. Ich hatte gestern zwischendurch Flimmern vor den Augen. Ja, zu viel. Olli, zu viel. Also eindeutig ein bisschen viel. Ja, zu viel, Olli. Du brauchst... Du musst mäßig. Mäßig macht die Freude am Spielen. Du mach mal den Rechner aus und kümmere dich mal eine Stunde um deine Kinder. Geht da mit deinen Kindern mal nur Bulli spielen oder so. Das ist doch genauso gut. Gott, das ist doch eine Strafung. Olli, der will die bestrafen. Alter, die sind den halben Tag in der Schule. Den Rest des Tages sind sie in der Betreuung. Wofür bezahle ich denn scheiß teuer Geld? Doch nicht, um mich mit dem Laden zu beschäftigen. Wow. Alter, dass du nicht meine Ex jetzt siehst. Ich mach das nachher auch noch. Apropos. Ich hab die doch nur wegen dem Kindergeld angeschafft. Und wenn sie 18 sind, fliegen sie raus. Der Ex schwebe. Wird eine gute Idee. Das ist genauso wie meine Ex. Ich muss meine Frau auch mal fahren, wenn die noch ein drittes machen. Olli, weißt du das eigentlich schon? Ich hab ja schon andere im Kressa dir jetzt schon erzählt. Was? Ich hab Scheiße gebaut. Äh, du hast eine andere geschwängert? Nein, meine Ex wieder. Was? Was? Ja. Verarscht mich. Ja. Aber nicht von dir. André Kressa hat mich deswegen auch schon verhauen. Alter, doch nicht von dir. Sag das nicht. Kann man sich nicht sicher sein. Okay, ihr seid so ruhig, das ist eine Verarschung. Nein. Ich merk das, wenn André Krampfhaft versucht, nicht... Echt? Wow. Nein, ist aber nicht von mir. Ne? Jetzt ist meine Hand. Ich mein, ich trau dir einiges zu. Aber ich lass mich nochmal mit dir in die Kiste spüren. Doch, genau das trau ich ihm aber zu. Danke, André. Das ist so Angebot und Nachfrage. Mittlerweile überwiegt das Angebot. Nein, das stimmt. Es ist wirklich von... Von ihr 9. Ist sie von mir. Ja, aber das ist genau... Das ist genau so, wie meine Familie, dass... Ja. Das ist genau so, wie meine Familie, dass die ganze Zeit gedacht hat. Ja, jetzt ist meine Tochter vier Jahre alt. Na, wird vier Jahre alt. Jetzt hat das Arbeit am langsam... Jo, ich höre die ganze Sache im Kindergarten. Alles, da können Sie sich einen Job suchen. Ja? Irgendwie. Ja. Und dann, wups, wups, wups. Oh, tut mir leid, liebes Arbeit am. Ich kann nicht arbeiten. Ich kriege ein zweites Kind. Ja? Ja, das macht man dann alle vier Jahre. Ja, richtig. Und dann hat man jetzt mal ausgesagt. Und dann ist man sowieso drinne. Dann ist man unvermittelbar. Und dann ist man sowieso schon mal raus. Genau. Dann hast du erst mal wieder Ruhe. Ja. Für die nächsten zehn Jahre. Deutschland braucht mehr Großfamilien. Ja, definitiv. Und wenn das heißt, dass wir ein paar Steuergelder dafür bezahlen, dann machen wir das. Ich arbeite dran, aber meine Frau will ja nicht mehr. Tanja, wollen wir nochmal? Warte. Warte mal, ich muss meinen Mann jetzt mal gerade erschlagen. Mit der alten Grafikkarte. Tanja, Tanja, wollen wir nochmal? Komm. Nee. Okay. Drei genügend. Was? Ey, geht aus. Boah, ja, wollen die ist 3.5. Was? Die Deutschen sterben aus und wir müssen was dagegen tun. Da kommt ihr gar nicht hinterher. Ernsthaft, da kommt ihr nicht hinterher. Da geht nicht. Also ich habe mein Soll erfüllt. Was ist der deutsche Durchschnitt theoretisch? 1,4, ne? 1,7 war das, glaube ich. War das 1,7? Ich meine, es war 1,4. 1,4 war auf jeden Fall knapp 1,5 oder sowas. Weil da liege ich ja schon 0,2 über dem doppelten Durchschnitt. Ich bin bei 1, ja. Da ist ja so. Ja, du musst dann ja machen. Ja, das, 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 wenn es als die Steuern geht, dann habe ich nur 0,5 geschafft. Äh. Ja, wenn es nicht passt, dann soll es halt hin. Naja, ich habe ja nur ein halbes Kind, ne? Weil man weiß ja, laut dem Finanzamt zählt ja jedes Kind nur 0,5. Na? Ich habe das Glück, bei mir zählen sie alle drei. Ja, weil ihr zusammenbrot und alles ist irgendwo dran, bei mir ja nur nicht. Ist das ja noch nicht so. Jetzt zählt das mein Kind ja nur die Hälfte. Ich bin nur ein halbes. Wieso, Olli, habt das andere halbe für dir? Ja. Ja, ich bin wieder da. Irgendwie. Ja, genau, wir haben uns neu eingekauft, richtig. Ich habe mich jetzt so an das Q und E-Gedrücke gewöhnt, dass ich jetzt erstmal locker den Düngerspreu ans Feld geschmissen. Kurze Zwischenfrage. Wann merkt man, wenn man zu viel Sitte wischengezockt hat? Nur noch Q und E drückt. Ich muss, glaube ich, erstmal die Tastaturgelegung ändern hier. Das macht neulich, wenn der Stufe 15 wird und dann noch die Taste T dazukommt. Da kommt der ganz durcheinander. Oh, 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 oh. Äh, die T kriegst du nicht mit 15, sondern wenn du den letzten Flügel gebaut hast, ey, wo. Nein. Mit 15. Wir haben doch alle Flügel. Wir haben doch alle Flügel. Die kriegst du mit 15 freigeschaltet. Ne, also mit 17 habe ich den noch nicht. Du brauchst eine spezielle Fertigkeit. Ne, eine individuelle Fertigkeit musst du freischalten. Ja, normalerweise kriegst du den mit 15 freigeschaltet. Ja, vielleicht wie man spielt. Ich weiß es nicht. Ich dachte auch mit 15. Steht auf jeden Fall. Ne. Steht auf jeden Fall drinne. Bei der Fertigkeit. Also das T kriegst du nicht mit 15. Ich meine, da steht da sogar auch bei. Es kann natürlich sein, dass du irgendwo einen bestimmten Flügel brauchst, dass er dann freigeschaltet wird und dann kriegst du den mit 15. Ja, du musst irgendeinen Bau freimachen, der eine individuelle Fertigkeit gibt, welche auch immer das ist. Ne, ist gut, müssen wir nächstes Mal gucken. Okay. Ja, wir haben sehr interessante Themen, René. Ja. Sehr, sehr interessante. Also, ne, wir haben keine Themen, die nicht interessant sind. Ja, ja, ja. Bei Landwirtschaft zum Wartner muss man halt irgendeinen Unsinn quagen. Ja. Und dann... Das ist das gerade. Es gibt kein... Es gibt kein besseres Thema als Davids Leben. Ja. Das stimmt. Es ist voll lustig. Es ist traurig. Man möchte nur den Kopf schütteln und weinen. Das ist wie RTL live mitten im Leben. Das ist wie mit dem Leben live. Alter, was macht ihr vorher, die das alles haben? Die rufen den David an. Na, was das die Woche erlebt? Ja. Oh, ja, Drehbuch für ein Jahr. Drehbuch für ein Jahr. David erzählt ein Tag und das RTL-Programm flüssig ist wie ausgerettet. Das ist genau so wie Ollis Spielsucht. Ich sage, ich erzähle einfach nur von Ollis Spielsucht, dass er die Q&E-Tasten jetzt hier im Landwirtschaftssimulator benutzt und irgendwelche Sachen einfach ins Feld schmeißt. Ja. Ja, das ist genau so eine Sache. Ach, immer wieder lustig. Ich sage dir, das ist alles lustig. Ja, und dann kommt noch dazu, dass das dann so krass gesuchtet wird, dass da durch Grafikkarten kaputt gehen. Ja. Aua, Aua. Ja. Ich habe jetzt auch wieder ein Suchtspiel gefunden für mich. Planet Coaster. Planet Coaster. Water Coaster. Ja, das machen kann, ey. Unglaublich. Ja, ich würde es auch gerne haben. Nö, darfst du nicht. Warte mal, Planet Coaster war jetzt aber nur mit Achterbahn, ne? Nein. Das ist genauso wie Waller Coaster. Das ist im Prinzip Waller Coaster 4. Also so richtig wie Feen Park Dings da. Ja, ja. Ja, richtig. Nur, dass du da wirklich alles selber bauen kannst, wenn du willst. Ah, okay. Alles kannst du selber bauen. Du kannst auch deine Attraktionen verändern und dann den Hintergrund dafür bauen oder wie du das haben willst. Kannst ja alles machen. Kannst alles machen, ja. Alter, da gibt es jetzt schon mehr Mods, als manche Spiele, die nach fünf Jahren oder so auf Steam haben. Ja, das ist klar. Da heißt Mods, also du meinst, so Workshop-Inhalte halt, ne? So eine Achterbahn hast du ja auch schnell zusammengebaut. Ah, geil. Ich habe meine erste Achterbahn gebaut. Und dies war noch hässlich. Aber war geil, Alter. Ich habe den Kotzreiz und war es auf sechs gekriegt. Alter, du lass mich doch mal an der Achterbahn bauen, Alter. Da war ich ja nicht aufs Kotzen abgezielt. Aber da gibt es jetzt halt einen Kotzwert. Gab es ab Wannserei hat. Den kriege ich noch auf zehn. Den gibt es aber schon eine ganze Weile. Den kriege ich auf zehn. Und dann wird losgeweilt. Vielleicht kannst du auch einen bauen, nach deren Absolvierung man automatisch in die Navy Air Academy aufgenommen wird. Ich kann eine bauen, würde ich bei Taxi Taxi. Dabald die stehen bleibt, geht vorne ein Kotzbeutel auf. Da musst du dann rein Kotzieren. Das war doch mal ein nützliches Gimmick. Aber diesmal kannst du zum Beispiel auch Achterbahn, also ich meine, du konntest ja vorher auch, aber jetzt sieht das halt geiler aus, wenn du so Achterbahnen baust, die einfach nur schnell abgeschossen werden, irgendwo hoch und dann rückwärts wieder runterfahren. Oder halt so eine enge Kurve und dann direkt wieder zurück, weißt du? Ja. So Highspeed-Achterbahnen und so. Das ist schon echt cool. Genau, mit 200 Sachen in so einer 90 Grad, 180 Grad-Kette. Wo sie direkt wieder zurück, steil hoch, dann drehen und wieder runter. Ja. Oder halt einfach nur hoch, geht auch. Dann fahren sie halt rückwärts zurück. Aber wie gesagt, das gab es im Wilder Coaster ja auch schon. Also das ist eigentlich nix... Ja, aber ich habe seit 2, 3 habe ich nie richtig gespielt, weil 3 fand ich nicht so gut wie 2. Och, es ging. Ich meine, ich weiß auch nicht warum, aber 2 habe ich auch ein besseres Feeling als in 3. Planet Coaster. Planet Coaster ist konstruiert. Das hier ist Landwirtschaftssimulator. Ja, das ist Land. Das steht ja auch im Titel. Hat heute gekauft, ist Dienchen schuld oder die sind ja. Soll ja grafisch ja auch sehr ansprechend sein, das Spiel. Das ist aber grafisch ja so richtig eine Bombe sein und alles. Ja, sieht sehr gut aus. Da müsste es eigentlich auch spielen können, aber darfst du nicht. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Der Multiplayer-Name, ich weiß es gar nicht heißen, der Multiplayer-Name. Ich erochte da gar nicht drauf. Er meint bestimmt den Map-Namen, oder? Weiß ich nicht. Das ist die Silvercrest. Ich weiß nur, dass jetzt hier die Feld hoch- und runterdüse. Ich düse, 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 im Sausen, schrutsch. Schön, das heißt der erste Wagen ist schon wieder voll. Und der erste Wagen voll Stroh ist auch gleich schon wieder fertig. Der Sauglös ist auch gleich schon wieder voll. Schön, schön, schön. So, und auch Feld, ich glaube 22 war das jetzt, habe ich jetzt Gäse angepflanzt. Sehr schön. Und die hier knallen wir auch mit Gäse voll, ne? Aber die wird es auch mit Gäse voll knallen. Also 12, 14, 18, ja. Arme komplett durch. Okay. Machen wir Gäste. Und danach den Raps. Raps. Wieder Raps. Genau. Okay. Oh, was? Atombedrug, die haben morgen zwei Wohnungen. Was sind die denn gefunden? Ach, Bescheid, dann gucke ich die auch noch an. Ich brauche zwei große Wohnungen. Also, wir müssen ja mal gucken hier. Voll ist denn der Kram jetzt hier. Ja, brauche ich auch. Eine für mich, eine für die Kinder. Ja, richtig. Okay, also der Wagen geht jetzt hier noch rein und dann ist das Ding aber auch voll, ne? Das, das, das Strohlager, ne? Ja, wenn Strohlager voll ist, dann verkaufst du den Rest in die Wanner schon. Richtig. Ach, für Mats, wir waren mit der Wann zu klein. Da passt mehr rein, da zu 100.000, ne? Okay. Da sind jetzt 106.000 drin, ne? Ja, schnell ran. Vielleicht ist das ein Endloslager. Weiß ich nicht. Ne, das kann auch sagen, dass die das auf 200.000 oder 250.000 gesetzt haben. Mal gucken, ich werde sie ins Volk schnallen, mal gucken, wie lange ich noch brauche, vorzukriegen. 96 in Berlin willst du mich arm machen? Sind die Leute schon bereit, sind in Berlin für 10 Quadratmeter 800 Euro warm zu bezahlen? Was zahlen die denn für 96? 80 Euro der Quadratmeter. Ja, das ist schon ein bisschen krass. Schau mal auf, die 10 Quadratmeter. Respekt. Aber wäre ich nicht bereit zu zahlen. Ich würde es nicht zahlen. Ach, Platte. Plattenbau. Das ist doch genau das, wo andere hin will. Oh ja. Das ist mit 600 Nachbarn. Das ist doch nur ein Müllschacht. Ja. Richtig. Der ist immer verstopft. Ja. Und Fahrspüle immer kaputt ist. Fahrspüle immer kaputt und im obersten Stockwerk. Wenn ich am Müllschacht. Wo muss ich die Lämore für die Leichen zum Entsorgen nicht immer so weit laufen? Genau. Die neun Freunde pubertierender Töchter. Ja, genau. Ja, richtig. Weil es ist so weit. Da steigt die Sterberate in der Stadt. Da fällt nie auf, ne? Vermisst die Kinder. Stimmt, ist bei dir halt so weit, ne? Anrecht stimmt. Dauert nicht mehr lange, ne? Schon jetzt meine Tochter ist eine Gamerin. Meinst du das? Denkt dran, Candy Crush auf dem Handy zählt nicht, ne? Also Candy Crush auf dem Handy, Alter. Die hat alle Konsolen, die ich hab, hat dir auch. Ah, alter Schwede. Und am Mittwoch muss ich mit dir los Pokémon kaufen. Das neue? Ja, Sonne und Mond oder wie die Dinger heißen. Ja, welches kaufst du denn? Sonne und Mond oder nur eins? Was? Sonne und Mond. Und ich kaufst du nicht nur ein Pokémon, bist du doof? Oh, alter Schwede. Wenn meine Kurze sagt, ich will Pokémon haben, dann fahr ich los und kauf die Pokémon. Aber eins musst du selbst bezahlen. Ja gut, das ist ja fair, ne? Ist ja die, eins ist da zu selbst, eins kriegst du von mir. Oh, wer ist denn da jetzt dran, Chris? Oh, gib her, Alter. Ja, nee, Chris kriegt das. Boah, Alter, gib her mit Kuhn, will ich gucken. Ja, heute gib her, Alter. Da gibt es noch bei Media Mark bestimmt wieder diesen Deal. Kauf drei und das billigste kriegst du sonst, oder nicht? Oh ja, ich warte ja wieder drauf, dass immer wieder drei, vier... Ja, letztens gab es ja in, wie heißt der, wo war das? Wo war das mal, wo, Kilopreisspiele gekriegt hast. Ein Kilo AAA-Titel, 170 Euro. Ja. Wow. Hast du 14 Spiele oder so gekriegt. Das stimmt, das habe ich auch gelesen. Kilopreise, ich wollte da erst hinfahren. Aber da war mir nachher doch zubeuten. Und für Kilo DVDs hast du nur 80 Euro bezahlt, Blu-Race. Blu-Race. Auch nicht schlecht. Ja, 80 Euro für ein Kilo Blu-Race, Alter. Hast du wie viele Blu-Race du dann hast? Viele. Am besten reißt du vorher noch die Hülle runter. Das ist nur die CD. Die drei Gramm Plastik zählen. Ja, am Ende zählt das. Könnte eine DVD oder zwei mehr sein. Nein. Ich glaube, du nimmst einen Serial-Lieb. Du weißt, warum ich die Randale-Leuchten anhab' hier. Alter, das sehe ich nicht, wenn ich da um die Kurve komme. Eine Randale-Leuchte, Alter. Ernsthaft. Ich habe hier zwei fettgelb-blinkende Lichter.